Ja. Zieh mal dran. Genau, siehst du. Und jetzt kannst du gegenhalten. Halt mal ein bisschen mehr gegen. Genau, und dann ist der Equalizer schon voll. Und jetzt umso mehr du halt ziehst. Genau. Ja, das ist jetzt halt die Isokinetik, die ist schon geil. Ne, ist natürlich mega geil. Ich halte das. Jetzt pass mal auf, jetzt wird es sich nicht mehr bewegen. Stark, ne? Stärker als du dachtest, gell? Ist nicht so leicht, das Gerät zu besiegen. Es hat schon Power. Also du kriegst es schon angehalten, aber du musst da schon richtig reinhauen, ne? So, Ralf, ich gebe dir jetzt mal das intensivste Programm, was wir hier haben. Das ist die sogenannte Isokinetik Athletik. Isokinetik bedeutet, das Gerät reagiert auf dich. Also umso fester du gleich ziehst, umso mehr Energie gibt dir das Gerät rein. Das heißt, wenn es zurückgeht, muss ich es quasi halten. Halten, genau. Und du siehst gleich in dem Equalizer, umso mehr du hältst, umso mehr füllst du den. Dann siehst du, dass du da mehr Power reingibst. Und das Brutale ist halt, du kannst jetzt eigentlich jede Wiederholung lang, eine Minute lang jede Wiederholung, eine Maximalwiederholung machen. Wir sind ja gewohnt zu ziehen und dann gehen wir relativ schnell locker zurück. Genau. Jetzt kannst du mal probieren. Jetzt kannst du mal testen. Jetzt zieht der dich richtig zurück. Merkst du das? Ich ziehe und ich muss richtig gegenhalten. Genau. Und jetzt zieh mal das durch. Wenn du das jetzt die Minute durchziehst, hast du einen Pump, als hättest du zehn Sätze normales Training gemacht. Und jetzt kommt, wo normalerweise locker ist, muss ich gegenhalten. Und jetzt wirst du nach und nach schwächer. Das ist völlig in Ordnung, aber du musst weitermachen. Also du darfst schwächer werden. Das Wort schwach gibt es bei mir noch nicht. Du darfst auch jammern, aber weitermachen. Zieh durch. Ja, genau. Zieh durch. Zieh durch. Ja, stark, stark, stark. Der Power hat er noch, der Kadiator. Sehr stark, sehr stark. Der ist sogar mit Mr. Olympia geworden. Komm noch zwölf Sekunden, komm jetzt, komm jetzt. Nicht aufgeben hier. Nicht aufgeben hier. Sehr stark. Komm, noch eine. Das ist brutal, oder? Fertig. Guck mal, jetzt hast du fast eine Tonne bewegt in einem Satz. Ja, Wahnsinn. Jetzt schon brutal, ne? Was sagt der Bizeps? Morgen denkst du an mich. Ich würde behaupten, dass so ein Satz einfach von dem, du machst den Muskel ja komplett leer an kürzester Zeit. Wo ihr früher ganz viele Sätze machen musstet. Kannst du hier halt in einem Satz super viel Reiz setzen, ne? Was ich da für eine Zeit gespart hätte. Genau. Ne, ist toll. Du hättest mehr Zeit für die Freundinnen gehabt. Ja. Eben. Hätte ich hier mal hier mit der Maschine verbracht. Mrs. Milan hier, ne? Spricht ja auch zu mir demnächst. Die einzige sprechende Maschine. Genau.